Die Buffalo Bills haben ihren Starter Quarterback für Woche 7 bekannt gegeben. Derek Anderson wird den verletzten Josh Allen ersetzen, wie Head Coach Sean McDermott mitteilte. Turnover-Maschine Nathan Petermann wird diese Rolle anscheinend nicht mehr zugetraut. Anderson wurde am 7. Oktober verpflichtet, um den Rookie allen anzulernen. Derek bringt Erfahrung und Führungsqualitäten aufs Spielfeld. Und er hat die anderthalb Wochen hart trainiert, um sich einzufinden, so Coach McDermott. Der letzte Start von Anderson liegt zurück im Jahr 2016, damals noch bei den Carolina Panthers. Coach McDermott, der von 2011 bis 2016 Defensivkoordinator der Panthers war, kennt ihn daher sehr gut. Rookie Josh Allen wird aufgrund einer Elenbogenverletzung, die er sich am Wochenende zu Zug zwei bis drei Spiele aussetzen müssen. Werbung Werbung Der letzte Start von Anderson